Wie waren die Auberginen? Gefüllt mit... Hat es geschmeckt? Dankeschön, Dankeschön. Und wie ist das Wetter heute? Super! Was haben wir heute? Nikolaus! Und wo sind die Nikolauschen für mich? Ihr habt nicht an mich gedacht. So sind sie, Martina, so sind sie. Du wolltest nichts haben, Ali, das ist immer das Gleiche. Stimmt. Hier ist... Das Essen war echt gut. Muss ich schon sagen. Ja, Ali, du bist die beste Kacke in der Welt. Dankeschön, ich habe auch große Ticken. Ja, wo hast du das jetzt abgeschaltet? Du bist brav, ja? Du bist mal ganz brav, ja? Die Mama immer, ne? Du musst immer das letzte Wort haben. Ja, Peter, wo kommst du her? Wie war's? Gut. Wie wird denn dein nächstes Video? Um was geht? Wird es da gehen? Wie? Ich lasse mich noch überraschen, was mir durch den Kopf geht und dann hauen wir das raus. So ist es. Niemals aus Zwang irgendeinem Video gemacht. Nur, wenn man Lust dazu hat. So ist es. Jetzt kommt eh noch Kacke dabei raus. Das ist natürlich eine gute Frage. Mit einer Kraft vom Klo kommt, wie geht's denn? Hat er es nicht gesehen? Also, meiner Meinung nach muss er nicht mehr Details dazu sagen. Ich glaube, dass er das für übrigens sehen. Ich hoffe, dein Adventskalender hat dir gefallen. Oh, der war super. Ja, aber viel über die Decke heute Nacht, Ali. Hände oben hat der Decke ab 23 Uhr, gell? Yes. Ich zeige euch gleich mal den Kalender, wo er mir geschickt hat. Das denkt man gar nicht von einem barfuß laufenden Mann. Böse. Böse. Mama, du bist so lieb und so süß, aber warum ist dein Sohn so anders? Du bist so süß und so lieb, aber warum ist dein Sohn so anders? Nein, es war doch Spaß. Nein.